Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach der ganz langen Corona-Zeit hat es richtig gut, mal wieder in den Harz zu kommen und hier ein bisschen laufen zu können und die schöne Natur zu genießen. Und ja, zuallererst will ich euch mal mein Outfit zeigen, was ich heute trage. Hier unten habe ich meine Pegasus Trail von Nike an, dann habe ich hier von Essex meine Kurze an, von Adidas mein Shirt und dann meinen liebten Laufhubsack von The North Face. Direkt wieder zurück im Harz, ist auch richtig warm hier, das kenne ich gar nicht. 24 Grad haben wir heute und ja, schauen wir mal weiter. Übrigens habe ich gerade auch festgestellt, dass schon die ersten Blaubeeren an den Büschen hängen. Also ich glaube, das wird dieses Jahr, das wird dieses Jahr glaube ich ein echt geiles Blaubeerjahr. Falls ihr ihn vor mir seht, da ist der Brocken. Ist gar nicht so weit weg, aber heute wird es auf keinen Fall auf den Brocken gehen. Heute geht es hier schon am Oderteich lang und nächstes Mal geht es dann auch auf den Brocken. Und hier ist er, der wunderschöne Oderteich. Den habe ich auch richtig vermisst und bei dem guten Wetter waren hier natürlich auch einige Leute und man kann auch schwimmen. Also es ist auch richtig genial hier nach dem Lauf oder nach einer Wanderung sich abzukühlen oder so wie ich einfach mal da zu sitzen und das Ganze zu genießen. Und das tut auch schon richtig gut. Und wie ihr sehen könnt, sind wirklich überall schon die Blaubeeren am Sprießen. Und jetzt zeige ich euch ein paar schöne Drohnenaufnahmen, die ich hier gemacht habe. Und da sieht man ganz schön rechts den Weg, den ich jetzt auch gekommen bin. Und links von dem Fluss geht dann der Weg auch weiter und das ist wirklich ein Traum hier laufen zu können. Auf der linken Seite würde man jetzt hier ganz schön einen Blick auf den Brocken haben und vor uns liegt jetzt der Oderteich. Und überall momentan sind wirklich die Blumen am Blühen und das ist wirklich schön, sich die auch einfach mal anzugucken unterwegs. Und auf dem Rückweg kommt man auf diesen schönen Stegen entlang und da habe ich dann eine kleine Entdeckung gemacht. Und zwar, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich hier kleine wilde Orchideen entdeckt habe, Knabenkraut. Aber ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und dann habe ich hier noch eine kleine Drohnenaufnahme von euch. Und zwar habe ich mich dann am Ende bei dem traumhaften Wetter noch ein bisschen an den Oderteich gesetzt und habe dann auch noch ein bisschen mit den Füßen geplanscht und das tut wirklich richtig gut. So eine kleine Regeneration schon und habe dann auch noch ein bisschen was gemampft und es mir ein bisschen gut gehen lassen nach dem Lauf. Und das ist auch irgendwie schön, dass man da nicht so ehrgeizig reingeht und einfach auch mal das ein bisschen genießt. Ja, es ist wirklich extrem warm heute und deswegen versuche ich jetzt schnell zum Auto zu kommen, Klimaanlage an und ab geht es nach Hause unter die Dusche. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin alles Gute.